Warte. Haben wir es jetzt oder nicht? Ne, das ist... Wir müssen es auch immer noch machen. Wir müssen es machen. So. Haben wir. Gut, haben wir. Ja, Antimaterie. Kriegen wir hin. Vier, ne? Super. So. Jetzt würde ich sagen, ist mein Raumschiff insgesamt ein bisschen besser gerichtet. So. Ne, nochmal gucken. Wo haben wir denn die Hyperaufladung? Da. Ist wichtig, aber... Warte mal. Wenn wir das da mal hinmachen, ist die über... Dann ist die... Elf. Boah. Das ist alles doof. Das sind nur drei. Das ist zu wenig. Aber egal. Wieso haben wir nur drei? Ach so, weil er noch A ist. Das ist ja noch gar nicht voll. Und wir haben viel so wenig noch nicht, um es abzugraden. Stimmt ja. Ähm, dann machen wir das für den Moment nochmal dahin. So. Gut. Lass mal überlegen. Was war das? Ne. Ne. Was haben wir jetzt überhaupt noch für Missions... Äh. Ja, das hab ich doch, oder? Querschläger? Ja, ist doch alles da. Der müsste jetzt viel besser gehen. Warte mal. Das sieht besser aus. Komm. Aber was? Lad doch auf. Ach, deswegen. Ist okay. Ja. Das müssen wir auch noch machen. Exo-Anzug. Wir müssen... Komm. Einfach mal voll. Ist mir egal. Zack. Das reicht für eine Zeit lang. So. Gut. Dann nochmal zurück. Können wir weg machen. Ja. Dann machen wir das hier. Wo ist das Depot? Das ist da. Und wie weit ist das? Hm. Das ist knapp zu weit. So. Es ist wirklich ganz knapp zu weit. Ja. Ja. Wir müssen da ganz in die Nähe. Ach stimmt. Das wollten wir ja noch nicht machen, weil wir noch gar nicht stark genug sind. Wow. Wir landen hier irgendwo hin. Boah. Hilfe. Ich muss jetzt wirklich hier sehr in der Nähe sein. Oh. Ja. Da. Das ist so gut versteckt. Ja. So. Gut. Egal. Wir machen das. Ja. 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 Geht immer zuerst. Dann das da. Und dann bevor irgendwas passiert, schnell mal. Mal kommen erst mal. Schaffen wir es diesmal? Ich will nicht schon wieder fliehen müssen. Und wenn ich fliehe, dann nur ein Teil von mir. Das ist ja nicht mehr Quatsch. Ja. Nachhaltigkeitschwindigkeit muss auch noch viel höher. Zack. Der braucht nichts ab. Zack. Da geht es mir ein bisschen sterben. Ja, diese Kämpfe machen viel mehr Kraft, wenn man es auch, äh, viel mehr Spaß, wenn man es auch kann. Wir haben ja noch nicht alle, oder? Haben wir alle? Den machen wir weg. Den machen wir weg. Na komm, das stelle ich nicht so an. Da, da, da. Ich glaub. Ja. Oh, wichtig. Der muss weg. Ich hab nicht gewusst, dass Nachladegeschwindigkeit so ein wichtiges Element ist. Aber das ist es. Ey, hörst du mal? Ach, Duscher wieder. Ich krieg mal weg. Schnell, bevor, irgend so ein... Ach, jawohl, danke. Zack. Ja, zack. Und dann nachher damit. Und ja, nee, nee, schnell. Oh, Gott sei Dank. Fahrten noch rechtzeitig. Was ich nicht weiß... Okay, sind die jetzt alle? Ich weiß nicht, ob ich alle kaputt hab. Das ist immer komplett kaputt. Weißt du was? Ach, er ist es, ne? Wenn ich den... stehen lasse... dann kommen die nicht. Weißt du was? Komm, wir versuchen's nochmal. Zack. Nee. Wo ist der andere? Da. Warum ist der so weit weg? Was wollten ihr von mir? Hallo. Der will das gar nicht. Ich soll jetzt einfach mal... gut durchkommen und dann... Ah. Nee, ich muss warten. Sonst kommen ja wieder diese Dinger. Gut. Wir warten jetzt einfach mal die paar Sekunden. Oder entdeckt? Nein. Wer hat auf mich geschossen? Ist da irgendwas? Nicht in der Nähe. Wenn die so doof sind, dann werde ich mich einfach mal meinen Fähigkeiten anpassen. Und deaktiviert. Und ich kann fliegen. Genau. So. Ohne, dass hier jetzt gleich... die anderen Dinge ankommen, die ich ja noch nicht abhängen kann. Das heißt, jetzt vielleicht... Das war sehr nah. Das war... So, dann gehen wir mal zu dem rein. Äh, nee, Quatsch. Waffen, 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 Waffen. Hier. Ich hab sie entdeckt. Ihr Blick fällt auf uns. Gut. Du hast es getan, oder? Deine Taten haben sie gerufen. Ja, ich weiß. Richtig. Es tut mir leid, Eindringling. Ich werde dem Kampf nicht zur Seite stehen. Brauchst du nicht. Bist mir gespannt, was ich krieg. Brauch ich nicht. Naja, noch eine Aufgabe. Von den Jungen für die Alten, die mich heilen könnten. Ja, hab ich bestimmt. Du hast also deine Organe... Nee, die Enzyme geopfert, ja. Enzymreste auf einem... Wikindolch sollten für meine Heilung genügen. Welche Opferkörper muss man auch immer erbringen muss. Sie scheinen im Alter keine vergleichbaren Vorteile gebracht zu haben. Da kann man das mit Namen übersetzen. Das fällt mir schwer zu sprechen. Ich glaub nicht, dass er in einem Jahr noch lebt. Oh doch. Wikindolche. Ja, mach ich. Müsste ich eigentlich haben. Nee, das brauch ich nicht. Nein. So, Wikindolche habe ich hier nicht. Aber ich bin mir sicher, dass ich die... hier drin habe. Ich habe die extra gesammelt. Ja. Haben wir Glas? Wenn wir Glas haben, da ist ein Wikindolch drin. Warte. Da sind immer Wikindolche drin. Nein. 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 Oh, komm. Ist da jetzt einer? Da. Da. Hier, da. Super. Ich schnapp mir den ein. Mal gucken, ob es vielleicht im Tunnel einen gibt. Da gibt es eigentlich selten genau das, was ich gerade brauche. Aber wir können ja mal gucken. Wenn ich es finde. Ich finde mich ja in meiner Basis überhaupt nicht zurecht. Ich weiß nur, dass ich da so ein Handelsterminal habe. Ich sollte das drehen. Weikindolche. Ich würde sagen, wir gehen mal auf irgendeine Station. Am besten eine, die eher Weikindolch ist. Okay. Ah, lecker. So. Ich hätte schwören können. Kann man die hier kaufen? Da war ich ja überall schon. Kann man die hier vielleicht? Nee, normal nicht. Aber vielleicht von den von irgendeinem Raumschiff-Piloten, die gleich hier kommen. Kommt mal her. Bei dem Glas ist immer was dabei. Also natürlich nicht immer. Was ist das da? Welcher Waffensplitter? Nein, nein, nein. Oh Gott. So, hier. Da haben wir ja schon zwei Stück. Fangen wir mit dir an. Du bist ja schon da. Bratzel, Bratzel, Bratzel. Hallo. Du hast ein Viking-Deutsch für mich? Das ist toll. Danke. Oh, schön. Ich kaufe ihn. Mhm. Genau. Da ist er nicht. Na, na, na. Und du? Du hast einen dabei. Das ist schön. So. Erst mal gucken, was es ist. Nee. Gut, okay. Lass mal schnell was gucken. Ist das first richtig? Hast du vielleicht irgendeine Mission, wo ich einen Viking-Deutsch kriege? Nur Quatsch. So. Ich muss nachdenken. Nee, muss ich eigentlich nicht. Es geht um was ganz anderes. Das sind die zwei, die ich schon habe. Den habe ich noch nicht. Fragen wir dich noch. Ich habe eine Idee. Ich glaube nämlich, die sind wieder zurück und die haben auch manchmal so Sachen. Oder ich könnte es einfach so im Frachter liegen haben. Könnte auch sein. Sehen wir aber erst, wenn wir ankommen. Obwohl, wir sind da, Mist. Ich müsste nämlich noch mal der Natur folgen. So. Lass mich raten. Ja, sie sind schon da. Ist was kaputt? Nein. Super. So. Viking-Deutsch. Units. Units. Eifersperlen. Fregatten-Modul. Ist super. Was wir machen können. Weil das können wir hier behalten. Was ist der Upgrades? Wir haben vier Stück. Und, na, das wäre wichtig. Aber das da ist das Wichtigste, weil das müssen wir nehmen. Was ist da noch? Ist da irgendwas, was wir dringend brauchen? Scanner, Technikraum. Ja, im Moment nicht. Im Moment nicht. Gut, nehmen wir. Ja. Haben wir auch überhaupt nichts von? Egal. So, ich gucke mir jetzt ganz kurz mal, was wir in Fracht haben. Ist da vielleicht noch irgendwo? Ja, wir haben alles. Außer Weiklin-Dolchen. Ähm, ich... Müsste da mal aufräumen. Das ist ja völliger Quatsch, das da. Äh, ich bin gleich wieder da. So, weiter geht's. Ich würde sagen, wir räumen jetzt hier erstmal auf. Wir verkaufen mal ein paar Sachen, die wir jetzt nicht brauchen. Wahrscheinlich habe ich das vor kurzem gesagt und habe dabei Weiklin-Dolche verkauft. So, ähm, ja. Ich habe vergessen. Wir haben es doch, oder? Aber, also erstmal hier, komm. Da, Großraffinerie. Okay, wir bauen uns erstmal... Was? Nein, nicht Raumschiff. Nein. Äh. Hallo? Da. Das geht... Oh, das dauert ein bisschen. Was ist denn? 105, nein, na gut. Müssen wir jetzt leider so machen. Geht nicht anders. Und wir müssen dabei bleiben, weil in der Zeit spinnen die so ein bisschen. So. Oh, ist das lahm. Das kommt mir nur so vor, es ist eine halbe Minute. Ich brauche einen Plan, wie wir Weiklin-Deutsche bekommen. Ich habe einen. Da bekommen wir nicht nur diese, sondern noch vieles, vieles mehr. Dafür müssen wir aber erstmal aufräumen. Ich habe da eine wirklich tolle Idee. Genau. Zack. Meine. Zack. Ja, kommt da rein. So, dann. Ähm. Lass mal überlegen. Ja. So, was können wir hier verkaufen? Erstmal, was können wir kaufen? Wäre ja toll, wenn er da schon dabei wäre. Ist er nicht verkaufen. Nein, nein, nein. Auf gar keinen...